a johleide war es geht unherzig kommt zu diesem rocken liegt wie ich hier auf neuen kanal ja heute mit dem neuen update von rocket league kostenlos war der ball ist hier in dem spiel wie man am anfang sehen konnte richtig fett das steht auch alles da die ganzen infos dann gibt es ihn halt noch quadratisch ja und er fliegt halt sehr langsam aber es ist trotzdem interessant so mit dem zu spielen was auch spaß macht ist mit dem klein ganz klein mit dem pinball zu spielen das ist auch ganz cool oder normal mit dem mond wenig schwerkraft hat ich weiß nicht ob ob das mit der schwerkraft zu cool ist also ich finde das jetzt nicht unbedingt so toll nein nein Ey, ja, genau. Immer unten drunter. Ja, mit dem ist es halt schwieriger zu spielen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ey, genau unter mich. Äh, ja, genau über mich wollte ich sagen, eigentlich. Ey, Mann, immer wenn man Kreuzer vor ist, beizutreffen, dann schießen die anderen schon wieder weg. Aber was hier leichtes sind, äh, Wolli-Treffer. Die sind hier ganz easy. Ja, alles klar. Oder hier könnte man auch zum Beispiel das selbstaufladende Boost gebrauchen. Wolli-Treffer, ganz easy hier. Yo! Mann, kein Boost mehr gehabt. Hä, schon wieder. Hä, so einfach. Ah, das lohnt sich nicht. Zauberei, das kriegt man hier eigentlich auch ganz easy. Ich denke mal, Zauberei ist hier jetzt nicht so schwierig. Neu, jetzt gibt's kein Wolli. Komisch. So, ein Arsch. Ne, nicht jetzt. Was? Die schießen jetzt kein Tor. Ne, scheiße, kein Boost mehr. Ja, genau. Geiert euch alle nur Boost. Geiert euch. Genau, gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt dir. Gönnt dir. Gönnt dir. Ne, ich gönnt mir. Nein. Oh. Das, bei dem Spielmodus ist es, dass man hier eine sehr lange Nachspielzeit haben kann. Jawohl, schon mal in die richtige Richtung. Jawohl, geht doch. Naja, die Nachspielzeit war jetzt nicht sehr lang. Ja, und es gibt jetzt auch noch so ein paar andere Flaggen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es auch noch andere Dachaufsätze gibt. Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. when I'm roofed up. Bis zum nächsten Mal.